Liebe Obstproduzenten, gerne erkläre ich euch kurz in diesem Video, wie Sie Ihre Mauerbinden optimal aktivieren. Die Mauerbinden befinden sich in diesem COCO-Behändler. Diesen können Sie öffnen, indem Sie vorne am Drehkreuz nach links drehen. Das System ist wie beim Gewürzstreuer. Wenn Sie die große Öffnung sehen, ist das auf der richtigen Position. Achten Sie darauf, dass Sie das auf beiden Seiten machen. Als nächstes führen Sie den Behälter wirklich bis zum Anschlag ein und achten Sie darauf, dass die Öffnung nach oben zeigt. Dies verhindert, dass andere COCOs rausfallen können. Bitte bringen Sie die COCOs wirklich bei den ersten offenen Blüten in Ihre Anlage. Es ist wichtig, lieber etwas früher als zu spät. Wenn Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie uns. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Oostsaison.